Hallo! Willkommen auf dem Kreuzhaushalt! Habt'n Spaß, lehnt'n sich zurück! Vielleicht geh' ich mit Bingo weiter! Wir nehmen uns seit vier Wochen Zeit, um die Videos für das Album zu drehen. Und das fand ich halt irgendwie eine sehr schöne Entscheidung, die für mich auch wieder Druck rausgenommen hat. Ich glaube, da haben wir auch schon eine krasse Eigendynamik, die sich auch sehr von anderen Bands oder anderen Arbeitsweisen von Bands unterscheidet. Auch das ganze Album und Videos auch in so einer kleinen Zeit aufzunehmen. Wir haben das immer für uns so geplant, weil wir mussten, wir haben da Bock drauf. Wir wollen das auch schnell machen, weil wir weitermachen wollen. Du sagst mir, wenn du so weit bist, Lenny. Warum ist schon krass. Im Lied wie Weiße Wand, wo wir das Gefühl haben, dass die Reaktionen darauf sehr stark sein können. Was ich halt krass finde, genau wie bei Weiße Wand, ist, dass es eine Art, dass es ein Lied ist, das super emotional ist. Aber eigentlich, was für mich das Krasse an den Liedern ist, dass er am Schluss halt nicht kommt. Ja übrigens, gegen die Weiße Wand gehen wir jetzt auf die Straße und war schon krass was auch immer. Sondern es gibt halt ein Gefühl, da wird ein Song gemacht und dann ist das halt, wenn man sagen will, eine Bestandsaufnahme. Also ich kann mir vorstellen, dass schon krass so ein, äh, noch stärker polarisiert ist als andere Lieder, weil das da auch einfach um Drogen so geht. Ja ist immer einfach, nein ist immer schwer, ich hab so oft gesagt, ich mache das nie mehr. So dass der, ähm, offen angesprochen wird, also dass das nicht so mit irgendwelchen Metaphern so umschrieben wird. Ich hab gebaut und geraubt und gelogen. Für mich war das auf jeden Fall auch so in dem Sinne, back to the roots, dass wir jetzt einfach so mit dieser ganz kleinen Produktion super flexibel sind. Ich habe das nicht gesehen, aber in diesem Sinne, aber ich versuche einen Weg zu beachten. Dass wir sagen können, wir hatten eigentlich geplant an dem und dem Spot das und das zu drehen, aber keine Ahnung, wir haben heute einfach Lust, eher an einen anderen Strand zu fahren und da ein Video zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding von uns, wir wollen Sachen schnell umsetzen und das auch selber bestimmen und spontan auch machen können. Weil ich dann auch zu Hause, bevor wir losgefahren sind, dann irgendwie mit meinem Vater da sitze und der sagt, ey Jungs, was macht ihr euch denn da für einen Stress, wieso nehmt ihr nicht erst mal das Album da auf, mixt das fertig und macht das in Ruhe irgendwie klar und dann bringt ihr die Sachen raus und dann macht ihr da Videos zu. Wir haben ja jetzt alles gleichzeitig gemacht. Wir haben ja während wir das Album noch aufgenommen haben schon das erste Video gemacht und eigentlich, als das Album noch nicht mehr gemischt war, kam schon das erste Lied raus. Ah, Lennart, guten Tag. Ich müsste jetzt leider von hier vorbei. Wir waren zusammen in Porto, Jean, Martin, wir vier. Wir waren hier unter einer Brücke und haben da rumgestanden und Bier getrunken und Chrissy hat Gitarre gespielt und während er Gitarre gespielt hat, hat ein Vogel ihn angeschissen. Und ich war sehr verliebt und er hat dann gesungen, die Vögel scheißen vom Himmel, ich schau dabei zu. Und das habe ich dann mit einem anderen Text verknüpft und durch diese erste Zeile ist eigentlich dieses ganze Lied zum Lied geworden. Und für mich war besonders schön, dass als ich zum ersten Mal Alphonsos Dach betreten habe, auf dem wir das Marie Video gedreht haben, dass mich dann halt sofort ein Vogel angeschissen hat. Marie, wo bist du? Wo bist du, Marie? Okay, das war meine letzte. Was ich dann so nachher auch noch mal abends irgendwie in meinem Zimmer dann dieses T-Shirt in der Hand hatte mit diesem Vogelschiss auf der Schulter und dachte so, wow, der Song entsteht durch einen Vogelschiss und das Video wird so eingeläutet durch einen Vogelschiss. Und irgendwie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert und das hat irgendwie so eine ganz schöne, neue, kitschige Zufallswelt irgendwie für mich zusammengebaut, bezogen auf diese erste Zeit. Ich habe mich gewundert, dass das noch keiner Esel gibt. Weil das war die schönste Aktion, die wir jemals gemacht haben. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt wir das hier jetzt veröffentlichen. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, wenn nicht, Esel. Das war sehr schön, auf Esel zu sitzen. Oder vielleicht haben wir die Esel auch getragen. Nee, das war eigentlich eine schöne Aktion. Ja. 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 Ja.